Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blockchainer. In meinem heutigen Video geht es darum, warum Blockchain-Technologie irgendwann alles ersetzen wird, aber warum das auch noch lange braucht. Viel Spaß beim Video. Ja, ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt. Meine Vision und meine Überzeugung ist es, dass irgendwann die Blockchain alles ersetzt, wo wir heute zentrale Systeme haben. Und viele können sich das noch gar nicht vorstellen und können sich gar nicht vorstellen, dass vielleicht dadurch auch irgendwelche zentralen Steuerungs- oder ich sage mal Regelungseinheiten dadurch ersetzt werden. Und da rede ich erstmal vielleicht von sowas wie Notaren, die man dann nicht mehr braucht oder vielleicht sowas wie Steuerberater, die man irgendwann nicht mehr braucht. Ich rede aber auch davon, dass wir irgendwann sowas wie ein Governance auf einer Blockchain abbilden könnten und auch unter Umständen eben keine Partei mehr brauchen. Aber das ist alles noch ein bisschen sehr weit weg. Erstmal gehen wir dahin, was wir derzeit technisch zentral haben und was definitiv durch die Blockchain ersetzt wird. Und das sind die klassischen Datenbanken. Viele werden jetzt sagen, nein, das ist doch gar nicht möglich. Unsere Datenbanken sind doch viel, viel schneller als das, was die Blockchain uns bieten kann. Und in gewisser Form stimmt das heute, aber auch nicht überall. Und die Frage ist immer, was ist man bereit aufzugeben und was gewinnt man durch die Blockchain? Während heutige Datenbanken häufig das Problem haben, dass sie einfach unsicher sind. Sobald irgendwer in das System reinkommt, kann er in diese Datenbank und kann dort auch manipulieren und kann gegebenenfalls eigene Werte dort eintragen. Im schlimmsten Fall so eine Datenbank löschen oder sogar Werte einfach aus dieser Datenbank herausziehen. Und wenn man sich das jetzt mal bei der Blockchain überlegt, da hätten wir gewisse Sachen nicht. Also wir hätten die Möglichkeit nicht, diese Datenbank nachträglich zu verändern oder die Blockchain nachträglich zu verändern. Es würde einfach nicht gehen. Und man hätte den Vorteil, dass es auch super schwierig ist, überhaupt auf technischer Basis diese Blockchain zu hacken. Einfach nicht möglich. Und das ist zumindest bislang der Stand. Und da hat man einfach diesen Nachteil bei klassischen Datenbanken, dass das alles rein theoretisch möglich ist. Es gibt zum Beispiel sowas wie, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, den sogenannten Hardbleed Bug. Ich habe euch das hier mal aufgerufen und es geht eigentlich darum, dass dieser Bug entstanden ist im OpenSSL-Protokoll. Das ist quasi ein kostenloses, frei verfügbares Protokoll, was eben unter einer OpenSource-Lizenz läuft und was jeder kostenlos verwenden kann, um seine Serververbindung oder Client-zu-Serververbindung sicher zu ermöglichen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt eine Anfrage macht an irgendeine Homepage wie Wikipedia hier oder Google oder eBay, dann seht ihr oben immer dieses kleine sichere Schloss. Und dann wisst ihr, okay, das ist eine sichere Verbindung. Und genau dafür braucht man dieses Protokoll. Das verschlüsselt eben die Verbindung zwischen Client und Server und sorgt dafür, dass keiner mitlesen kann, was ihr mit dem Server austauscht. Und die großen, muss man jetzt kurz dazu sagen, sowas wie eBay und Amazon, die benutzen meistens sogar komplett eigene Protokolle dafür oder angepasste OpenSSL-Protokolle. Dadurch waren die durch diesen Fehler nicht kompromittiert oder betroffen. Allerdings hat dieser Fehler weitreichende Folgen gehabt. Erstmal zum technischen Part, was hier passiert. Dieser Hardbleed Bug heißt so, weil er eigentlich für eine Funktion im OpenSSL-Protokoll steht, die sich Hardbeat nennt, also Herzschlag. Und bei diesem Herzschlag geht es eigentlich darum, zu prüfen, ist der Server, mit dem ich mich gerade unterhalte, immer noch der gleiche. Denn beim Aufbauen einer Verbindung, einer SSL-Verbindung, werden vier Zeichen ausgemacht. Ich zeige euch das mal hier. Diese vier Zeichen, in diesem Fall Bla, werden eben ausgemacht mit dem Server. Und zwischendurch fragt man, das ist dann, um die Session am Leben zu halten, Hey, sag mal, bist du immer noch, oder sag mir nochmal deine vier Zeichen. Und dann meldet der Server, sagt ja hier Bla, und du weißt, ja, okay, der Server ist immer noch sicher, alles ist gut, ich kann jetzt hier weiterarbeiten. Beim Hardbleed Bug war das Problem, und dafür mache ich mich mal kurz aus, da bin ich gerade drüber, dass man eben diese Begrenzung auf vier Zeichen aus Versehen aus diesem Protokoll rausgenommen hatte. Dadurch konnte man zum Beispiel sagen, ja, sende mir 40.004 Zeichen. Man konnte aber auch sagen, sende mir 32 Milliarden Zeichen. Und der ist dann angefangen, der Server hat gesagt, ja, hier hast du Bla, und dann fing er an und wusste halt nicht mehr, ja, welche Daten soll ich dem denn jetzt geben? Der will 32 Milliarden Daten, die wir ausgemacht haben. Ich habe ihm jetzt Bla geschickt, und was sage ich ihm jetzt? Und dann sind die Server angefangen, haben in ihre eigene Datenbank geschaut, und sind angefangen, da hat einfach Usernames, E-Mail-Adressen, Passwörter, alles, Kreditkartendaten, alles rauszuhauen. Dieser Bug war damals und hat weitreichende Folgen gehabt. Ich glaube, vier oder fünf Millionen E-Mail-Adressen sind dadurch bekannt gemacht worden, ja, von Angreifern. Das bedeutet, man hatte eben die Möglichkeit, als Angreifer Server mit dem OpenSSL-Protokoll anzugreifen, bis das überhaupt bekannt war, waren Monate vergangen, ja, wohlgemerkt. Und das hatte zur Folge, dass natürlich E-Mail-Adressen oder viele Leute auch E-Mail-Adressen bei verschiedenen Services mit dem gleichen Passwort nutzen. Das heißt, jemand hatte einen Service, der kompromittiert war, sagen wir mal, eine kleine Seite, sowas wie, was weiß ich, www.kuchen.de oder so, ja, da wart ihr mal angemeldet mit eurer E-Mail-Adresse, max.mustermann.gmx.de, Passwort, hallo, 123. Und dann hatte man eben von dieser Seite die E-Mail-Adresse plus das Passwort. Und jetzt konnte man einfach hingehen und mit Bots testen, wo diese Logins überall funktionieren. Man ist eben hingegangen, hat diese Logins bei Gmx getestet, hat diese Logins bei Ebay, bei Amazon und überall getestet. Also auch Services, wo der Bug selber nicht funktioniert hat, waren dann quasi für die Angreifer möglich, also mit eurer E-Mail-Adresse und so weiter reinzukommen. Deswegen haben auch alle Services damals gewarnt und gesagt, hey, bitte ändere dein Passwort, egal welches Passwort und wie sicher und sonst was. Wir sind zwar nicht betroffen gewesen, aber es ist möglich, dass irgendwo schon mal deine E-Mail-Adresse in Verbindung mit deinem Passwort aufgetaucht ist. Solche Probleme werden wir dank Blockchain nicht mehr haben. Es ist natürlich immer noch möglich, dass Fehler in sowas wie einem SSL-Protokoll passieren. Aber wir haben einfach die Möglichkeit, dank Blockchain Daten wirklich, wirklich sicher abzulegen und unabhängig von irgendeiner lokal-zentralen Datenbank, so dass sie einfach nicht kompromittiert werden können. Und das sind die großen Vorteile, die durch die Blockchain entstehen. Das heißt, es ist kein Server mehr, der angreifbar ist, dem man sagt, hey, gib mir mal alle deine Zeichen. Und genau diese Dinge werden dafür sorgen, dass überall irgendwann die Blockchain kommt. Alleine aus dem Faktor Sicherheit heraus. Und die Geschwindigkeit, die ist irgendwann gar nicht mehr so das Problem. Natürlich haben wir Skalierungsprobleme. Das sind alles Probleme von heute. Die werden irgendwann nicht mehr bestehen. Weiterhin ist es einfach so, dass man unter Umständen eben auch einen gewissen Teil dieser Dezentralität des DLTs aufgibt, um mehr Skalierung zu schaffen. Was für Unternehmen nicht zwangsläufig zu einem Problem kommt oder ist. Wenn man sich zum Beispiel als Unternehmenskonsortium vertraut und sagt, hey, wir betreiben eine Datenbank mit 40 Unternehmen in dem Sinne, weil man eben sagt, wir betreiben einen DLT zusammen, dann vertraut man sich erstmal untereinander, weiß aber auch, jede einzelne könnte trotzdem nicht betrügen. Und da würde sowas reichen. Und man hätte diese Geschwindigkeit auf einem DLT. Und natürlich geht damit einher, dass man unter Umständen DLTs nutzt, die gar keine Coins oder Tokens haben. Und auch das ist etwas, was ich euch schon sehr, sehr, sehr oft gesagt habe. Viele der Projekte, die heute groß werden und die euch versprechen, wir werden die Projekte, die überall in Einsatz kommen, werden irgendwann nicht mehr gebraucht. Insbesondere wegen der Tokens. Nicht, weil es schon cool wäre, den DLT neben seinem Business Model, was man darauf abbildet, ebenfalls auch als Paymentsystem nutzen zu können, sondern eigentlich, weil die meisten dieser ganzen DLTs, diese Tokens auch als Bezahlmethode brauchen. Und das wollen Unternehmen teilweise gar nicht. Und so viel Dezentralität brauchen sie, wie gesagt, teilweise auch gar nicht. Eins ist auf jeden Fall Fakt. Egal, was passiert, wir werden alles, alles irgendwann mit Blockchain-Technologie vollpflastern. Es wird einfach überall sein. Und es gibt einen sehr aktuellen und sehr interessanten Talk oder ich sage mal eine sehr interessante Ansprache von Dan Larimer von EOS, der eben genau etwa das Gleiche sagt, wie ich ja auch gerade. und eben genau das darstellt. Das, was ich euch immer sage, dass dezentrale Technologien überall kommt, erklärt er hier wirklich auf einer fundamentalen, sehr guten Art und Weise. Ich werde euch diesen Beitrag hier auf jeden Fall unter dem Video verlinken, auch mit Zeitstempel, wo er spricht. Das Ganze war nämlich auf der Government Blockchain Association. Und das geht etwa 20, 30 Minuten spricht er da. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Ist natürlich auf Englisch, aber so in etwa erzählt er euch auch genau das, was ich gerade gesagt habe. Und ich gebe euch jetzt nochmal eine Möglichkeit oder zwei Möglichkeiten gebe ich euch, wie wir in Zukunft mit Blockchains verfahren werden. Und das kommt ein bisschen darauf an, wie sich da die Zukunft entwickeln wird, weil es ist nicht so einfach auseinanderzuklamüsern. Letzten Endes ist es eben so, alles ist möglich und wir müssen schauen, wie Regierungen und Gesetze reagieren und vor allem auch, was die Masse annimmt und was nicht. Wir sehen heute, dass Paypal zum Beispiel gerade als der Payment-Dienstleister überhaupt gerade heranwächst. Also es gibt einfach keinen, der online gerade so viele Bezahlungen abwickelt wie Paypal und Paypal wächst und wächst immer weiter. Es wird einfach unfassbar groß. Und sowas kann durchaus irgendwann auch durch einen DLT und eine Kryptowährung passieren. Die Frage ist aber immer, welche wird es dann werden? Und bekommen wir nur eine oder bekommen wir direkt mehrere? Und das kommt eben auf so ein paar Faktoren an. Zum einen die Interoperabilität. Wenn es irgendwann ganz einfach möglich ist, mit jeder Kryptowährung zu bezahlen, weil man jederzeit automatisch die DLTs miteinander hat, so dass ein Atomic Swap oder sowas passiert, dass man einfach von der einen Chain in die andere tauscht, ohne dass der User es selber merkt und dann den Händler oder wen auch immer mit dem bezahlt, was der Händler eben anfordern möchte, dann kann das sehr gut sein, dass sie irgendwann sehr, sehr viele Payment-Systeme bekommen und dass man alle möglichen Tokens benutzen kann, um alles eigentlich zu bezahlen. Dass es keine Begrenzung gibt, das ist ein Token, mit dem du bezahlen kannst, das ist ein Token, mit dem du nicht bezahlen kannst. Dann kannst du hingehen und da ist ein Händler, der sagt, hey, bei mir kostet ein Brötchen entweder einen Euro oder 5 Satoshi oder 0,00002 Ethereum oder 0,0000, keine Ahnung, XRP und so weiter und so fort und ihr könnt einfach selber entscheiden, womit wollt ihr zahlen, weil ihr einfach alles akzeptieren kann, weil jede Kryptowährung einfach in jede automatisch getauscht wird. Das wäre die eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit, die aber kommen kann und die auch sehr wahrscheinlich ist, ist, dass eben sich nur eine einzige durchsetzt. Wir bekommen zwar eine gewisse Interoperabilität, die ist aber teuer. Von Chain zu Chain, in jedem Step, den ich irgendwas in irgendwas tausche, kommen zusätzliche Gebühren zustande und die will vielleicht keiner. Weiter verzögert das, diesen ganzen Prozess. Stellt euch vor, ich möchte, angenommen, Bitcoin wird überall verwendet und ich möchte jetzt in irgendwas anderem zahlen wie Ethereum, dann muss ich bei Ethereum erstmal den nächsten Block abwarten. Das geht dann rüber zu Bitcoin, dann muss ich dort den nächsten Block abwarten und dann ist erst die Bezahlung durch. Und man könnte sowas alles schaffen mit gewissen Möglichkeiten, dass der Händler weiß, okay, die Bezahlung ist jetzt ins Netzwerk gegangen, die ist zwar noch nicht bestätigt und so, die wird aber ankommen. Sowas kann man bauen, auch in die Blockchains einbauen. Die Frage ist aber immer, funktioniert das und will man das? Und will man das so umständlich haben? Der Punkt ist, es ist gut möglich, dass sich wirklich nur eine einzige Bezahl-Kryptowährung durchsetzt, langfristig. Und dass alles andere, Business-Models und so weiter, auf DLTs laufen, die einfach keine Kryptowährung brauchen, um damit zu funktionieren. Und das ist immer meine große Gefahr, die ich sehe, insbesondere wenn sich ein Projekt aufbaut, was irgendwas abbildet mit einem eigenen Netzwerk, einfach sagt, ja, wir haben hier ein Netzwerk aus 100 Knoten, das übernimmt irgendeine Aufgabe und du brauchst diesen Token, der ein ERC20-Token auf Ethereum-Basis ist, um dieses Netzwerk zu bezahlen. Dann schwöre ich euch, das wird es in 20, 25 Jahren nicht mehr geben. Auf gar keinen Fall. Da werden Lösungen kommen, Open-Source-Lösungen oder freie Lösungen, die dann jeder benutzt und die auch funktionieren. Das wird alleine deswegen schon nicht funktionieren, weil die Welt sich immer weiter globalisiert. Und weil wir so unterschiedliche Preisniveaus haben, von Land zu Land, dass gewisse Länder unter Umständen diesen DLT nicht nutzen könnten, weil er zu teuer wird für sie. Also brauchen wir an der Stelle kostenlose Lösungen. Und die funktionieren nur, wenn entweder der DLT kostenlos ist oder im Umkehrschluss der DLT eben sowas wie ein Token oder Coin überhaupt gar nicht hat. Also ich habe jetzt gerade mal zum Beispiel auf sowas angespielt wie einen EOS, weil wir es gerade gesehen haben. Dort ist es eben so, ich miete mir Rechenleistungen und kann quasi kostenlose Transaktionen machen. Das kommt aber ein bisschen darauf an, was ich da so verschicken möchte und so. Und das ist nicht ganz so einfach. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Hyperledger auch in Afrika oder sonst wo gut benutzt werden könnte, wenn es jetzt ein bisschen offener wäre, aber okay. nur, dass man eben sagt, ja, wir haben da jetzt ein Konsortium zwischen Unternehmen, wir können die Technologie Blockchain benutzen, um unsere Netzwerke sicher zu machen und unsere Daten sicher abzulegen. Aber wir könnten niemals einen DLT nutzen, der darauf angewiesen ist, dass ich diesen Coin als Treibstoff für den DLT verwende. Ganz zu schweigen von Services, die eben sogar nur einen Token benutzen für ein eigenes Netzwerk, was eigentlich nicht mal ein wirklicher DLT ist. Ja, da sehe ich einfach nur schwarz für solche Projekte. Und ich weiß, das ist für Leute, die nicht aus dem technischen Bereich kommen, total schwierig, solche Projekte zu identifizieren und mit dem Finger darauf zu zeigen und zu sagen, ja, ich glaube, das hat keine Zukunft. Es ist so schwierig, das zu ermitteln, weil es so viele Möglichkeiten gibt und genau deswegen ist dieser Markt auch so irrational. Und glaub mir, alles, was wir heute sehen, auch den Preispunkt, den wir jetzt gerade sehen, hat nichts mit dem realen Wert von Kryptowährungen zu tun. Das hat einfach nur damit was zu tun, dass gerade viele Leute mit viel Geld hart am spekulieren sind und nichts ist sicher. Das, was wir heute an einem Pump von 6 bis 10 Prozent sehen, kann morgens schon wieder minus 40 Prozent bedeuten. Einfach, weil das nicht konstant ist, weil die Wirtschaft noch gar nicht darauf setzt, weil das alles noch gar nicht funktioniert. Und hier kann ich euch ein anderes Beispiel erzählen aus meinem eigenen Job. Ich habe mit so vielen Branchen zu tun, wo wir eben Software aus diesen Branchen bekommen beziehungsweise diese Branchen Software bauen und wir unsere daran anbinden müssen. Und ich sage euch eins, die meisten Branchen dieser Welt haben keine IT-Spezialisten. Die Carrier-Branche. Carrier sind Transportdienstleister. So was wie DRL, UPS, DPD, was es da auch alles gibt. Ganz egal. Ich könnte noch 20 andere aus anderen Ländern nennen. Da gibt es Bartolini in Italien und was weiß ich. Ganz viele. Und ich sage euch, diese ganze Branche ist eine einzige Vollkatastrophe. Es ist technisch, rein theoretisch, so einfach, was die abbilden wollen. Und die haben so komplizierte und unhandliche und unsauber entwickelte Softwarelösungen, dass das Arbeiten damit eine pure Qual ist. Und jeder, der in diesem Bereich arbeitet, der wird das bestätigen können. Und es ist völlig egal, auf welchen Carrier man da schaut. Wenn man alle zusammennehmen würde, nur das Positive von jedem nehmen würde, hätte man einen großen Carrier, der wirklich eine saubere Entwicklung hat, die super funktioniert. Aber jeder Carrier, wo er irgendwas gut macht, macht er an anderer Stelle irgendwas wieder so verkehrt, wo man sich einfach denkt, das ist nicht mal ansatzweise logisch. Und das kann einfach nicht sauber funktionieren und das kann euch nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Und das kann man auf so viele Branchen beziehen. Die Telefonbranche, ja, Telefonanlagen, Firmentelefone, Vollkatastrophe, Leute. Das ist alles Technik, die ist 20, 30 Jahre alt und war damals schon scheiße. Das ist der Oberhammer. Und das wird bis heute benutzt. Da geht die Telefonbranche hin und sagt, ja, hey, wir entwickeln einen neuen Standard, den SIP-Standard. Und überall stellen Firmen auf SIP um. Schweine teuer. So viel sage ich euch schon mal. Und während man früher zum Beispiel Telefone benutzt hat, die eben über ein eigenes Protokoll beziehungsweise vor allem, weil es Funktelefone waren, überdeckt angebunden waren, ein uralter Telefonstandard, hat man gesagt, ja, jetzt machen wir einfach SIP und SIP funktioniert über das Netzwerk. Man kann dann Telefone einfach über das Netzwerk anbinden. Da läuft dann, geht man auf den Telefon, Benutzer ein, und wird dann an der Telefonanlage quasi angemeldet. Und das hat sau viele Vorteile. Android hatte damals, ich glaube, in Version 4 oder 5 standardmäßig ein SIP-Client mit an Bord. Man konnte sein Android dann einfach in der Firma anmelden. Das war total super. Da konnte man ein Firmenhandy haben mit interner Nummer plus Mobilnummer und so und einfach klasse. Wäre da nicht die Telefonbranche. Die haben es einfach geschafft, den Standard so zu verhunzen und nicht mal wirklich nur ansatzweise einen Standard zu bauen. und so. Die Grundfeatures waren Standard. Weil jeder Hersteller sein eigenes Süppchen gekocht hat, hat das letzten Endes dafür gesorgt, dass es nie sauber funktioniert hat und eine Vollkatastrophe war. SIP ist gestorben als Standard. Es gibt das heute noch vereinzelt. Android hat es ein oder zwei Versionen später wieder aus ihren Handys rausgeschmissen. Also Google hat es aus dem Android-System, aus dem Grundsystem rausgeschmissen. Und man ist zurückgegangen, hat gesagt, ja, SIP hat sich, ja, lief nicht. Wir gehen wieder auf diese alten DECT, auf diese 20 Jahre alte DECT-Technologie und machen damit Funktelefone und so weiter und so fort. Und das müsst ihr euch mal überlegen, Leute. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist eine ganze Branche, eine ganze Branche, weltweit, und die ist nicht in der Lage, sowas an Software zu bauen. Und jetzt frage ich euch, jetzt frage ich euch, was glaubt ihr, wie lange dauert das, bis solche Branchen, die so eine Katastrophe an Software an den Markt bringen, Weltmarktführer, die nicht in der Lage sind, 20 Zeilen Code sauber zu entwickeln, was glaubt ihr, wie lange brauchen die, bis die ihre Business Models, ihre Software, die Partnersoftware, die Schnittstellen und alles, was damit zu tun hat, auf dezentrale Technologien umbauen können. Boah. Leute, ich glaube, in dem Zeitraum kann ich fünf Leben leben. Nein, wirklich. Es ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schnell geht. Ja, das geht einfach nicht. Ich erlebe es am eigenen Leib, ständig. Softwareentwicklung ist so komplex und du brauchst so krasse Spezialisten und es darf keiner, keiner abweichen, weil ein DLT verzeiht dir keine Fehler. DLT funktioniert oder funktioniert nicht. Ja, das ist einfach der große Punkt. Dezentrale Technologien sind klar definiert. Wenn du in jeder Programmiersprache Blödsinn bauen kannst, ist aber irgendwann der Punkt, wo die Daten in den DLT kommen und da gibt es nur eine Möglichkeit. Das sind große Vorteile. Ja, ich brauche mich nicht irgendwann mehr an eine Software von irgendeinem Carrier anbinden. Ich kann dann einfach die Daten aus dem DLT ziehen. Ja, das ist super. Ich bin einmal den DLT an und egal welches Unternehmen da was für Daten auch immer reinlegt, ich kann diese Daten empfangen. Ja, das ist schon mal viel wert. Aber glaubt mir, bis das funktioniert, vergehen noch so viele Jahre. Und ja, wir haben große Player. Wir haben sowas wie Walmart und so weiter. Und bei diesen Playern funktioniert das heute schon in gewissen Teilbereichen. Ja, vereinzelt, bei den größten. Aber wartet mal ab, wie lange das dauert, bis sämtliche Business Models und sämtliche Unternehmen auf sowas umgestiegen sind. Ich sage euch, da vergehen noch 10, 15, 20 Jahre, bis die Blockchain überall ist. Und wenn die überall ist, dann, sage ich euch auch, haben wir die Coins, die sich langfristig durchsetzen und können diese identifizieren. Und bis dahin können wir nur spekulieren. Wir können raten, das sind Cardano, US, Ethereum, Tron, Ripple, XRP, meine ich, und Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, wir können über das alles spekulieren. Aber erfahren, welcher es wird, werden wir erst ganz zum Schluss. Und diese Entscheidung, dieses Wissen, kann euch niemand abnehmen. Ja, ganz wichtig. Ja, das war es mit dem Video. Ich wollte euch einfach mal darstellen, wie schwierig sowas sein kann, Softwareentwicklung, und wie schwierig das sein wird, die Blockchain überall in den Einsatz zu bringen und zwischen allen Leuten oder allen Unternehmen es zu schaffen, dass die mit sowas arbeiten. Das wird Ewigkeiten dauern. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie viele Jahre es dauern wird, bis die Blockchain nahezu überall Einzug erhält. Also ich habe ja gerade meine Prognose abgegeben. Ich denke so an 15 bis 20 Jahre. Meine Einschätzung. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht's gut Leute und tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020